Die zweite Box ist da, Leute, und es geht los! Die zweite Box, Leute, ich bin wirklich gespannt, was wir hier aus dieser Box rausziehen können. Auf jeden Fall nochmal einen dicken Shoutout an Margin Cards für die Boxen, dass ich die auch so schnell bekommen habe. Und hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Super Rare. Eine Super Rare Trunks, SSG Trunks Power Awakened. Gibt es auch eine Special Rare Variante davon. Sehr schön, sehr schön, habe ich selber noch nicht. So, wir gucken mal hier in die Boxen rein. Wir gucken natürlich nicht in die Boxen rein. Wir machen hier nur Packs auf. So, 24 Booster Packs, wie in jeder anderen Booster Box auch. Lol. Leute, der mit den God Packs tanzest wieder zurück. Ah, Mist! Ich wollte keine God Packs mehr haben, Leute. Wisst ihr, warum? God Packs sind schlecht für die Secret Rare Bilanz. Ja, Gott Pack. Ja, lasst uns mal durchschauen. Foil, Vegeta, Foil, Son Goku und im ersten Pack, Alter. Noch eine Foil. Zamasu in Foil. Vegeta, Foil Leader Karte. Sehr, sehr nice. Schön. Super Shenron Universal Revival in Foil. Sibling Squibble in Foil. Pan in Foil. Vados in Foil. Da haben wir unsere erste Super Rare. Hit Assassin Strike. God Pack, Leute. Ein God Pack mal wieder. Wir haben schon lange kein God Pack mehr gezogen. So, die nächste Super Rare. Fused Zamasu. Exterminating Force. Und Berus Ruthless Pursuer. Alle drei Super Rares, die ich noch nicht gezogen habe. Sehr schön. Freut mich natürlich. Und wir haben jetzt schon einen ganzen Stapel Foil Karten. Wow, Leute. Was ein Start in das Video. Wir machen das erste Pack auf. Und God Pack. Wahnsinn. Alright. Ja. Läuft bei mir, würde ich sagen. Läuft bei mir. Mal wieder ein schönes God Pack. So muss das sein. Vegeta. Am Ende kann man sich natürlich über ein God Pack auch nicht beschweren. Also ein God Pack. Man hat nur Foil Karten drin. Und man hat drei Super Rares da drin. Und dann haben wir hier gleich. Alter, was ist hier los? Die nächste Super Rare. Android 17. For the Universe Survival. Sehr, sehr schöne Super Rare. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gezogen. So, nächstes Pack. Wie gesagt, ist die zweite Box. Nochmal den Shoutout an Margin Cards. Für die Boxen. Äh, ja. Wir wollen mal gucken, wie viele Boxen hier noch auf dem Kanal geöffnet werden. Also eine dritte werde ich auf jeden Fall noch aufmachen hier auf dem Kanal. Dann werden wir natürlich noch ein paar. Alter. Und es geht weiter hier mit den Hits. Hey, die habe ich in der letzten Box auch gezogen. Mit so einer riesen, fetten Printline hier. Von oben nach unten. Und hier unten war auch noch eine Printline. Ähm, ja. Jetzt haben wir hier nur so eine kleine, ne. Könnt ihr die sehen? Kleine Printline. Besser als so eine riesige. Ähm, ja. Schön. Äh, okay. Wir haben gleich schon alle Hits aus dem Display rausgezogen. Ähm, dann können wir eigentlich, wenn wir das getan haben, aufhören, was? Oder? Hehehe. Was zum Teufel? Wahnsinn. Äh, ja. Okay. Ich bin ein bisschen geschockt. Direkt ein Godpack zum Anfang. Danach eine Super Rare. Danach ein Special Rare. Und was ist jetzt hier drin? Come on. Äh, Wiz Supporter of the Dark Empire. Ey, das ist doch nicht wahr! Leute, wir können aufhören. Wir können aufhören, Booster aufzurissen. In... Ohne Witz. In vier Boostern. Alter, guckt euch diese geile Karte an. In vier Boostern, Leute. In vier Boostern haben wir jetzt rausgezogen, was man aus einer normalen Box rauszieht. Na, plus Boxstopper halt, ne? Zwei Specials. Ohohoho. Und, äh, fünf Super Rare's. Okay. Ich bin ein bisschen, äh... Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ähm, ja. Krass. Krass. Krasse Scheiße. Okay. Wir machen trotzdem weiter. Wir haben ja noch ein paar Booster da. Und, äh, gucken mal, äh, was da noch so drin ist. Ähm, aber ehrlich gesagt, ja, ehrlich gesagt, ist es jetzt eigentlich, äh, pointless, hier die Boosterpacks weiter aufzureißen. Denn, alles, was man rausziehen kann, da kann man sich eigentlich die Booster hier eher ins Regal stellen. Verkaufen würde ich die jetzt nicht. Hier ist ja offensichtlich jetzt, das ist wie gewogene Packs in Pokémon. Äh, hier kann ja jetzt offensichtlich nichts mehr drin sein, bis auf eine, ein paar Super Rares. Und, äh, das gucken wir jetzt trotzdem nach. Also, wir machen trotzdem, denke ich mal, alle Packs auf. Vielleicht packe ich mir hier ein Pack-Art-Set raus, irgendwie. Und, äh, hebe das dann auf. Für mich, für die Sammlung. Aber, ja, so kann das laufen, ne? Also, wir legen hier schon mal eins weg. Dann legen wir hier auch eins weg. Dann legen wir hier so eins noch weg. Und, dann legen wir, ja, legen wir einfach mal das hier noch weg. So, und für diese vier entscheide ich zum Schluss, ob ich die noch aufmache oder nicht. Wenn ich noch nicht so ganz zufrieden bin, oder der Booster-Aufreiß-Druck, ihr kennt diesen Druck, den Booster-Aufreiß-Druck, wenn der noch nicht, äh, ja, befriedigt wurde, dann müssen wir die natürlich auch zum Schluss noch aufmachen. Aber, erst mal haben wir die weggelegt. Hier haben wir unsere Vollkarte. Dahinter ne Rare. Und, ja, damit haben wir eigentlich das ganze Video in vier Packs abgefristet. Godpack. Godpack, Leute. Und dann direkt hinterher, schön, zwei Special Rares. Alles nacheinander. Wahnsinn. Also, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die Box steht irgendwo im Laden offen. Und, jemand kauft sich Booster random aus der Box. Die ist gerade frisch auf. Und, die Person kauft die ersten oberen vier Booster. Und hat mit den oberen vier Boostern für, keine Ahnung, was kostet ein Pack, 4,50 Euro im Laden. Äh, hat da für, für etwa 18 Euro, äh, ja, zwei Special Rares, ein Godpack und eine Super Rare. Alter, ist doch der Wahnsinn. Was ist das? Äh, okay. Dahinter Rare Realm of the Gods, Crimson Hero Strike, The Fall Unhealation at End. Also, irgendwas hat Bandai hier mit den Boostern verändert. Die lassen sich sehr schwer öffnen, muss man sagen. Ihr seht das hier. Also, man struggelt richtig hier mit dem Aufmachen der Booster. Und, äh, lassen sich schwierig aufreißen. Die Lasche ist sehr, sehr weit rechts. Und, ja, was mir aufgefallen ist, die Kartenqualität von diesem Print Run, äh, der Print Run, von diesem Print Run ist, äh, ja, deutlich schlechter geworden. Und, äh, muss man sagen. Oh, Super Rare. Ey, Dark Match Kabura haben wir in der letzten Box auch gezogen. Super Rare. Schöne Karte. Äh, ja. Sehr, sehr schön. Nein, Leute, wir haben jetzt noch nicht alle Super Rares rausgezogen, sondern das war ein God Pack am Anfang. Ich sag's euch nur so. Ähm, ja. Wie gesagt, und, oh, ey, guckt euch das an. Immer nur. So. Ja. Jetzt muss man das hier... Boah, Junge, Junge, Junge. Okay. So. Aber wir kriegen jedes Pack auf, Leute. Ich bin geübt. Wir kriegen jedes Pack auf. So. Äh, wo war ich stehen geblieben? Chumper. Und Damage Negation. Äh, genau. Ich zeig das hier mal. Also, die Qualität der Karten ist deutlich schlechter als in vorherigen Sets. Also, ihr seht das hier mal aus einer anderen Box. Äh, Karten sehen so normal aus. Printqualität ist okay. Aber, die Stanzmaschine hat furchtbar schlecht gearbeitet. Wenn ihr das seht, äh, die Karten sind teilweise verschieden groß sogar. Also, ne, die sind wirklich verschieden groß und teilweise hier so ausgefranst. Also, das habe ich bei keinem Set vorher gesehen. Ähm, hier kann man wirklich richtig fühlen, wie rau das ist. Ihr seht das auch so ein bisschen hier auf der Kamera. Äh, finde ich ein bisschen schade. Sollte eigentlich auch gar nicht Teil dieses Videos hier sein. Darüber mache ich vielleicht nochmal ein anderes Video. Aber, ähm, finde ich wirklich schade bei so einem Set. Das ist so ein richtiges, ähm, Hype-Set gewesen. Richtig schöne Artworks. Richtig schöne Booster. Äh, schönes Sammler-Set. Und dann ist die Qualität der Karten tatsächlich, ähm, ja, nicht so gut. Also, gerade auch die, die Ausstands, äh, Qualität. Verschieden große Karten, äh, raue Seiten. Also, das ist für Sammler natürlich der Overkill. Und da haben wir Vegeta Blue und Goten. Ne, also, wenn die Qualität bei Karten, wenn das so bleibt, dann ist das natürlich für den Sammlermarkt, gerade den Grading, äh, Sammlermarkt, ist das der Tod. Und, ja, das muss man leider tatsächlich so sagen. Und, äh, schade. Also, diese Karten, die hatten wirklich eine absolut, absolut hochwertige Qualität in damaligen Sets. Äh, da kam überhaupt nichts dran ran. Also, nichts, äh, Pokémon nicht mal im Entferntesten. Und, äh, auch nichts anderes. Und, jetzt wird die Qualität tatsächlich, wir sind mittlerweile in Set 16. Und die Qualität der Karten nimmt ab. Wollen wir mal schauen, wie das im nächsten Set aussieht. Ähm, wir haben ja schon auch mehrere Runs gesehen. Jetzt gerade auch bei dem letzten Box-Opening haben wir, ähm, Printlines gehabt. Natürlich ganz ordentlich. Wir haben auch in vorherigen Sets Printlines gehabt. Ähm, aber so wie auf dieser Karte, die ich da gesehen habe, oder gezogen habe, sowas habe ich noch nicht gesehen. So eine Printline, das ist schon, äh, das ist schon heftig. Unsere nächste Super-Rare. Yes. Alter. Alter, guckt euch diese Karte an. Nice. Super-Rare Son Goku Kaioken. So. Okay. Tja, äh, die Kamera ist eben ausgegangen. Einfach so. Das hatte ich irgendwann schon mal. Und, dann ist das Video weg gewesen. Und ich habe jetzt auch kontrolliert. Und der Rest dieses Videos ist auch nicht da. Ähm, hatten wir wie gesagt aber schon mal. Und dann war das Video am Ende doch da irgendwie. Also es hat irgendwie ein bisschen gedauert, bis das Handy das umsetzen konnte. Ich weiß nicht genau, woran das gelegen hat. Aber ich mache jetzt hier einfach mal ganz normal weiter. Und gucken wir mal, ob wir das nachher dann so zusammenschneiden können. Aber wir haben hier auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge Sachen gezogen. Wir haben ein Godpack gezogen, Leute. Im allerersten Booster aus dieser Boosterbox haben wir ein Godpack gezogen. Shoutout an Margin Cards an der Stelle nochmal. Und lasst gerne, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Für dieses Video. Und, äh, da haben wir Blue Son Goku und Vegeta. So. Insgesamt noch vier Booster dort liegen. So richtig viel können wir, glaube ich, nicht mehr ziehen. Also wie gesagt, wir haben schon das Godpack rausgezogen hier im ersten Booster. In den nächsten drei Boostern haben wir dann eine Super Rare und die beiden Special Rares gezogen. Hier haben wir jetzt nochmal Champa Leader Karte in foil. Das ist unsere zweite Leader Karte in foil. Hier aus der Box. Und, äh, Realm of the Gods Ultra Instinct Rare Karte. Wisst ihr, was mir gerade mal wieder auffällt? Gibt es davon eine Special Rare Variante? Ist das eine Rare Karte, die es in diesem Set als Special Rare gibt? Diese Realm of the Gods, äh, diese Realm of the Gods Karten? Ja, Leute. Alter. Fällt mir gerade auf. Wir haben in diesem Set wieder Rare Karten, die als Special Rares dabei sind. Schaut euch das mal an. Realm of the Gods, Crimson Hero Strike. Realm of the Gods, Crimson Hero Strike. Das ist B16, 125. Krass. Alter. Sehr schön. Das hatten wir, gab es im Dragon Ball Super Card Game vorher schon ein paar Mal. Ähm, das, äh, so vereinzelt mal, auch mal eine Rare Karte als Special Rare in einem Set war. Und, ja, scheinbar haben wir in diesem Set wieder, äh, schön Rare Karten als Special Rares dabei. Hey, das freut mich. Das freut mich wirklich. Ich finde das geil. Äh, wenn man auch mal ein paar Rare Karten als Specials, äh, da drin hat. Und hier scheint es jetzt diese Realm of the Gods Karten zu sein, die dann hier als normal, als Rare Karten da drin sind. Und dann gibt es natürlich das Ganze als Special Rare Variante. Hier haben wir nochmal Mirror. Mira. So, dann haben wir hier nochmal den Crimson Hero. Den Crimson Hero. Ja, was einem nicht alles so auffällt, ne? Wie gesagt, ich hab mir das vorher, äh, nicht so ganz angeguckt alles, sondern ich hab einfach gewartet, dass das Set rauskommt. Und, äh, ja, Learning by Doing. Hier haben wir nochmal die Variante Rare in Foil und in Non-Foil. Hier seht ihr nochmal den Unterschied. Das hier ist Full Art und das nicht. So. Das ist jetzt das letzte Pack von denen, die wir hier liegen lassen haben. Und dann schauen wir mal, was hier noch so drin ist. Auch eine sehr schöne Karte. Baue ich auch noch in der Foil Version. Bitteschön. Sehr gerne. Magetta Body Steel Tower haben wir da. Bulma. Und Rare Trunks. So, Leute, und ihr habt das mit Sicherheit schon gewusst. Ich kann das nicht lassen. Ich kann die Dinger nicht zulassen, wenn die hier offen rumliegen. Ähm, bei dem, bei einem Tournament of Power Pack ist das was anderes. Aber, hier müssen die Tinger aufgerissen werden. Und, äh, ich kann auch nur jedem empfehlen, wer sich für dieses Set interessiert, ähm, der kann auf jeden Fall aktuell zuschlagen. Die Preise sind moderat, ne? Also, äh, es könnte teurer sein. Wer weiß, vielleicht geht das Set tatsächlich auch nochmal im Preis ein bisschen hoch. Ähm, oder vielleicht sogar auch ein bisschen runter. Das sagt mir meine Kristallkugel nicht. Aber, ähm, jetzt ist auf jeden Fall eine gute Zeit, ins Dragon Ball Super Card Game einzusteigen. Auch für alle, die einfach mal ein paar Booster aufreißen wollen. Boxen sind im Moment relativ günstig. Gerade auch die Second Print Runs von Vermilion Bloodline und Rise of the Unison Warrior. Da könnt ihr natürlich auch zuschlagen. Pan haben wir hier nochmal eine Rare Karte. So, dann haben wir hier nochmal den Crimson Hero. Zack. Also, es läuft darauf hinaus, dass wir hier noch ein Pack haben. Und jetzt ist das Ding auf. Und, äh, schätzungsweise war es das auch mit dem Puls. Ähm, was ein bisschen schade ist. Also, wir gucken mal, was hier hinter ist. Ähm, aber wir haben drei Super Rares aus der Box gezogen. Regulär. Dann natürlich ein God Pack. Womit wir jetzt, statt fünf regulären Super Rares, wenn hier nicht auch noch ein Super Rares ist, äh, wir ziehen erstmal. Und danach besprechen wir. So. Wiz, Son Goku, Vegeta, äh, Gohan, Frost, Shenron, Planet Muginan Monster, Magetta, Vados in der Vollversion. Und dahinter nur eine Rare. Sibling Squibble. So. Und jetzt, Bandai. Ich weiß nicht, äh, was das soll, aber, wir haben zwei Special Rares. Das ist der Standard. Zwei Special Rares pro Box. Dann haben wir, äh, drei Super Rares gezogen. Jetzt fragt man sich natürlich, drei Super Rares pro Box. Und, normalerweise, wär das kein God Pack, hätten wir, hier vielleicht nur noch eine Super Rare drin. Das heißt, das wär eine Box, mit nur vier Super Rares gewesen. Ähm, ähm, ja, weil hier jetzt ein God Pack drin war, haben wir drei Super Rares dazu. Das heißt, wir haben aber nur eine einzige Super Rare mehr, als wir in einer regulären Box hätten. Das heißt, ein God Pack bringt uns tatsächlich nur noch eine einzige Super Rare mehr, weil auch keine Special Rare mehr in dem God Pack ist. Was die God Packs natürlich wahnsinnig downgradet. Ähm, ja, also, Leute, wenn ich jetzt mal ehrlich sagen muss, ein God Pack ist nicht mehr das, was es früher war. Und, äh, also, man freut sich natürlich immer, ein God Pack zu ziehen. Ist immer eine coole Sache, ein ganzer Pack mit Vollkarten. Aber, äh, Value ist einfach überhaupt nicht mehr da. eine Super Rare mehr, dafür die Special Rare da raus und dafür noch eine Super Rare weniger in die Box packen. Ähm, ja, Bandai, ich weiß nicht, ob das so okay ist. Ich find's nicht so geil. Ähm, aber, das, äh, entscheiden Leute an anderer Stelle, nicht ich. Das müssen wir so hinnehmen. Äh, God Packs sind God Packs. Und, äh, ja, ihr wisst, ich ziehe gerne und oft God Packs. Und damit, Leute, ja, würde ich sagen, äh, schönes Video. Wie, schöner Start vom Video. Wenn der Rest noch da ist, dann schneide ich das zusammen. ich sag erstmal, ciao. Wir sehen uns im nächsten Video. Leute, lasst gerne ein Like da, wenn euch das hier gefallen hat. Und, äh, ich sag, ciao, ciao. Ciao, ciao. Und da, wie, ich sag,